Was geht ab Leute, euer Fraps ist hier und zwar heute mit einem neuen Video und zwar geht es heute in diesem Video um, ja, allgemein Weihnachten Leute, was wir mit dem Weihnachts-DLC bekommen haben. Ich wollte einfach nochmal ein bisschen über Weihnachten jetzt in diesem Video mit euch reden, aber Leute, nochmal ganz kurz bevor wir zu dem Video kommen, hätte ich eine kleine Bitte an euch. Hört ihr zufälligerweise Deutschrap? Dann Leute, checkt nochmal den ersten Link unten in der Videobeschreibung ab. Mein Cousin hat ein neues Musikvideo rausgehauen, ich werde euch auch gleich nochmal einen kleinen Trailer abspielen. Checkt mal ab, geht drauf Leute, kommentiert mal mit Hashtag FrapsArmy, bin mal gespannt, welche Ehren, wenn es rüber gehen und alles mit Hashtag FrapsArmy kommentieren und Leute, hier ein kleiner Vorgeschmack. Wie gesagt Leute, könnt ihr gerne auschecken, wäre auf jeden Fall richtig cool, Support ist kein Mod, wir sind auf jeden Fall eine sehr große Community und können ja auch was zurückgeben. Also Leute, kommen wir nochmal zurück zu dem eigentlichen Thema. Heute in diesem Video wirklich soll es um gar keine Likes gehen, um gar keine Abos, um eigentlich gar nichts. Es geht heute wirklich nur darum, dass ich euch wirklich frohe Weihnachten wünsche. Ich hoffe, ihr habt auf jeden Fall sehr viel Zeit verbracht, beziehungsweise verbringt gerade sehr viel Zeit mit eurer Familie. Habt ein wenig Spaß, ihr chillt vielleicht mit euren PSN-Kollegen, also euren Zockerkollegen in der Party oder sowas. Habt einfach ein bisschen Spaß, Leute, beleidigt euch nicht untereinander, chillt einfach alle miteinander zusammen, seid einfach glücklich, seid einfach fröhlich. Heute ist Heiligabend, morgen ist dann Weihnachten und Leute, es ist einfach die beste Zeit in dem Jahr eigentlich nach dem Geburtstag und man wird auf jeden Fall reichlich beschenkt. Auf jeden Fall hoffe ich natürlich, dass ihr sehr viel Spaß habt gerade. Ich hoffe, dass ihr auch ein paar richtig coole Weihnachtsgeschenke unter eurem Weihnachtsbaum findet. Und das Ding ist, Leute, apropos Geschenke, mich würde jetzt doch mal interessieren, was für Geschenke ihr denn zu Weihnachten bekommen habt. Oder was habt ihr euch gewünscht und was habt ihr bekommen? Kann ja sein, ihr habt euch zufälligerweise Socken gewünscht und habt einen neuen Fernseher bekommen oder so. Könnt ihr ja mal gerne unten in den Kommentaren mehr reinschreiben, würde ich mir auch gerne durchlesen. Außerdem, Leute, wollte ich nochmal ganz kurz erwähnen, dass ich ja das Adventskalender-Gewinnspiel sozusagen heute vollendet habe. Das Ganze wurde aufgelöst. Ich habe schon so einige coole Bilder von euch bekommen und die Lösungswörter bzw. den Lösungssatz. Mega cool von euch, dass so viele Leute mitmachen. Ich war echt erstaunt, wie viele Nachrichten doch eigentlich kamen und jeder, der das Video verpasst hat, sollte doch nochmal in die Abo-Box gucken und sich das Video anschauen. Auf jeden Fall wollte ich nochmal Danke sagen, dass ihr bei diesem ganzen Adventskalender-Gewinnspiel mitgemacht habt. Es hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gebracht und es hat mega Spaß gemacht, mit euch da zu interagieren und so eine coole Sache zu organisieren. Also war auf jeden Fall sehr cool. Mir ist es jetzt noch wichtig, Leute. Ohne Witz, genießt die Zeit jetzt noch im Schnee in GTA. Man hat nur einmal im Jahr Schnee und das ist einfach in dieser Weihnachtszeit. Der Schnee wird auch demnächst bald weggehen. Am 26. ist er weg, dann kommt er nochmal im Neujahr. Aber wie gesagt, Leute, genießt die Zeit, spielt mit euren Kollegen, genießt aber auch nochmal die Zeit mit eurer Familie. Das heißt, spielt nicht zu viel Playstation oder zockt halt einfach nicht so viel, macht ein schönes Abendmahl mit euren Familienmitgliedern, packt schön die Geschenke aus, chillt natürlich mit euren Familienmitgliedern. Ihr dürft halt auch nicht eure Familie vernachlässigen. Außerdem, Leute, komme ich jedoch jetzt mal dazu, was Rockstar Games uns heute geschenkt hat bzw. was wir denn geschenkt bekommen haben. Heute, Leute, haben wir eine Weihnachtsmaske bekommen und noch ein paar andere Sachen kostenlos geschenkt bekommen, die interessieren uns aber jetzt nicht. Das Ding ist jetzt, Leute, wir haben diese Krampus-Weihnachtsmaske geschenkt bekommen und diese Weihnachts-Krampus-Maske bleibt auch über das ganze Jahr in GTA Online erhalten. Das heißt, diese Krampus-Maske verschwindet nach dem Weihnachts-DLC nicht. Die können wir dauerhaft freischalten bzw. die können wir dauerhaft im Besitz haben. Das Ding ist einfach, die Maske ist an sich, ich bin ehrlich, Leute, die ist richtig hässlich. Also ich muss schon sagen, die ist schon hässlich. Ich hätte mir an Weihnachten irgendwas Cooles gewünscht. Letztes Jahr gab es ja so einen Schneemensch als Weihnachtshut und keine Ahnung, das war viel besser als jetzt so eine Krampus-Maske. Sieht auf jeden Fall ein bisschen strange aus, ein bisschen irre, passt irgendwie nicht so ein bisschen zu Weihnachten. Ich weiß, Krampus gehört auch noch zu Weihnachten in anderen Kulturen, aber trotzdem ist es so eine Sache. Also ich hätte mir lieber was anderes gewünscht als diesen Krampus-Typen. Aber Leute, natürlich war es das noch nicht mit den Geschenken. Roxy Games wird uns auf jeden Fall noch ein paar coole Sachen schenken. Der Hermes wird wahrscheinlich noch morgen kommen und wir bekommen morgen auf jeden Fall eine neue Krampus-Maske, denn es gibt vier verschiedene Arten von der Krampus-Maske. Mal gucken, welche ihr morgen bekommt. Also wie gesagt, es kommt jeden Tag wahrscheinlich dann eine neue Krampus-Maske, die ihr freischalten könnt. Das heißt für euch, lockt euch auf jeden Fall jedes Mal neu in GTA ein, also jeden Tag, damit ihr abchecken könnt, was ihr geschenkt bekommt und ob ihr überhaupt etwas geschenkt bekommt. Und dann Leute, soll es aber auch schon hier mit dem Video gewesen sein. Ich wollte euch einfach nochmal hier alles ganz kurz und knackig erwähnen, zeigen und nochmal ansprechen. Heute Abend wird nochmal ein Video kommen, wo ich euch alle DLC-Fahrzeuge zeige, die noch nicht released worden sind. Ich hoffe, dieses Video wird euch auch gefallen, könnt ihr auch gerne abchecken. Ich werde das Video aber so gegen 20 Uhr hochladen, weil ich möchte ja nicht, dass ich jetzt euch beim Abendmahl störe, während ihr mit eurer Familie das Weihnachtsessen isst oder so. Deswegen lade ich das Video um 20 Uhr hoch und heute kommt auch wirklich nicht so was krasses, so ein Glitch oder sowas online. Aber dann geht es dann auch schon am Montag richtig ab und da werden wieder richtig angenehme, coole Videos für euch folgen. Nun gut Leute, ich würde mich dann verabschieden. Ich wünsche euch natürlich noch richtig angenehme Weihnachten. Leute, haut rein. Hau, hau, hau. Geht im Mittelflow. Euer Frips. Ciao.